Hallo, ihr hört in diesem Video gleich eine kurze Geschichte. Diese Geschichte ist nicht besonders spannend, aber sie hat eine kleine Besonderheit. Und zwar sind alle Wörter, also die Nomen, die darin vorkommen, feminin. Das heißt, sie haben den Artikel die. So solltet ihr euch eigentlich nach diesem Video diese Wörter immer gut merken können mit dem Artikel. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielleicht hilft es ja. Die arme Linda, eine einsame junge Frau, kann mal wieder nicht schlafen. Sie geht in die Küche, macht sich eine warme Milch und legt sich anschließend wieder hin. Doch diese unerträgliche Stille. Linda hält es kaum aus. Sie liest Zeitung, doch es hilft nicht. Sie hört leise Musik, doch auch das hilft nicht. Sie schaut auf die Uhr. Panik! Ist es wirklich schon so spät? Sie muss doch morgen schon so früh zur Arbeit gehen. Auch wenn Linda weiß, dass sie zu dick ist und nachts nichts mehr essen darf, kennt sie jetzt nur noch eine Lösung. Bockwurst aus der Dose mit einer ordentlichen Portion Mayonnaise. Das hilft immer. So auch jetzt. Denn nun kuschelt sich Linda in ihre warme Decke und kann endlich in Ruhe schlafen. Sie träumt von einer bunten Wiese voller Leckereien und lässt sich alles genüsslich auf der Zunge zergehen. Na dann, gute Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017